Und da sind wir auch schon wieder beim dritten Teil vom Let's Play bei Mad Max. Da hinten guckt mich immer noch der Typ mit den roten Augen an. Zumindest sieht das so aus als hätte er rote Augen. Wie benutze ich denn jetzt die Taschenlampe? Wurde mir das erklärt, kann ich hier nochmal nachgucken. Legende. Ja, wie benutze ich denn jetzt die Taschenlampe? Ach, ne, die ist ja schon automatisch an, okay. Ich dachte, ich kann die nochmal an- und ausmachen, aber... Da laufen die ganzen Kreaturen rum. In der Cave hier. Oh, Wasser. Wasser ist immer gut. Sehr gut. Ah, hier ist nochmal Schrott. Und das ist auch nochmal Schrott. Das nehme ich bevor irgendeine Videosequenz ausgelöst. Kennt man ja. Dann kommt man nachher nicht mehr dahin oder so. Das wollen wir ja vermeiden. Ach cool, jetzt kann ich mir sogar auch noch welche aussuchen. Das ist ja was. Aha. Death Rattle. Seht auch lustig aus. Okay, das war's. F-Zeigen. Achso. Natürlich. Achso, wird mir das gezeigt. Äh. Ich habe irgendwie... Lust. Ah, komm, nehmen wir die, diese... Oder... Death Rattle. Death Rattle hat sich gut an. Nehme Death Rattle. Ja, natürlich. Oh. Der hat ein Messer. Das ist unfair. Nutze Space. Um Angriffe auszuweichen, wenn sie für einen Parade... Für eine Parade zu stark sind. Okay. Das hat hier, äh, leicht, äh... Das Kampfsystem vom Batman, muss ich sagen. Äh, äh. Oh. Ah, okay. Er weicht also aus. Er macht... Schnauze. Ah, ich kann das Messer aufheben. Messer, 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 Messer. Aufheben. Ah, okay. Ich kann das nicht die ganze Zeit benutzen, immer nur wenn sie benommen sind. Oh, nice. Haha. Haha. Jetzt hab ich kein Messer mehr, es geht nur einmal, gut. Haha. Aber dieser Mad Max, der haut wirklich rein. Das find ich lustig. Ey, da kommt ne Bombe. Au. 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 Ja, was muss ich denn hier machen? Oh, die bewerfen uns immer noch, die sind aber ganz schön, äh, aggressiv. Ich hab Angst. Ich hab Angst. gar keine Munition in der Schrobenflinte. Ah doch, jetzt auf einmal. Oh, ich brenne. Nein. Aber ich muss sagen, ich bin kein Freund von dieser Steuerung hier. Oder ich bin einfach zu schlecht. Das kann natürlich auch sein. Okay, so funktioniert es also nicht. Haha. Na gut, jetzt habe ich gleich keine Munition. Ne, ich habe gar keine Munition. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mir die aufbewahren hätten sollte, aber... Oder habe ich es geschafft? Hauptmission abgeschlossen. Ah. Der Magnum Opus. Gut. Oh, 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 oh. Ich bin hier. Wir sind hier. Die drei in der Schroden. Warte, was ist los? Ich kann es jetzt fixieren, wenn du stoppst. Oder später. Ich bin in meinem Sanctum. Es ist deine Wahl. Chum kann den Magnus Opus reparieren, wenn du er, wenn er beschädigt ist. Doch nur, wenn er still steht. Okay. Na gut, dann reparier mal. Zeig mal, was du kannst. Okay. 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 Okay, der kann das richtig voll machen. Und wenn ich... Gut. Alles klar. Und dann düsen wir wieder ins Fairsteck. Und da war. Der Hund erinnert mich, äh, ein bisschen an dem vom Fullmittel Alchemist. Mit der Automail, der Hund. Ich sage jetzt gerade so aus, muss ich sagen. Hat der... Wo ist der Hund? Ich möchte ihn sehen. Kann ich hier irgendwie zoomen? Ah, das Fernglas, ne? War das auf 1? Kann ich jetzt gar nicht benutzen? Ah, ne. Der hat... Der hat keine Automail an. Okay. So. Mission beginnen. Oder kann ich hier noch irgendwas finden? War nicht vorhin hier so ein kleiner Wasserspender oder war das die andere Seite? Ich meine, wir haben noch Wasser, aber ist ja nie verkehrt, etwas mehr Wasser zu haben, als man braucht. In dieser kalten Gegend hier. Ja gut, dann machen wir Mission, äh, beginnen wir die Mission. Ich brauche mehr als nur ein Körper und ein paar Wälder. Hey Mann! Haha! Wir brauchen Teile, wie schwer wie sie sind. Hilf mir, alle diese Schrauben. Huh? Ich verscheide unsere Blut. Ich muss sagen, am Anfang fand ich den Typen hässlich und lustig, aber mittlerweile finde ich ihn hässlich und lustig, aber respektiere ihn auch ein bisschen. Der scheint ja ein bisschen Ahnung zu haben. Schrott, Schrott, Schrott. Schrott wird zum Bau von Verbesserungen des Magnum Opus verwendet und kann im ganzen Ödland gefunden werden anscheinend. Ich habe es jetzt nicht mehr gesehen, weil ich gerade beschäftigt war. Aber hier ist noch mehr Schrott, das gefällt mir. So, wir haben alles, was wir brauchen? Nur Schrauben und Parten. Ah, ja, aber der Jagd-Tipp, ist nicht hier. Sieh, es ist nicht, es ist nicht hier at all. Ja, es ist in meinem Punk. Für, äh, es ist nur da, für, äh, sicher, sicher. Ich bin sicher. Beschaffene Widerhaken. Ja, na, haben wir das jetzt richtig verstanden? Dass er den Widerhaken in sein Bett lagert? Ah ja, hier war das Wasser. Weißt du was, dann süppel ich nämlich jetzt hier ein bisschen. Äh, ich glaube, das war vier, ne? Ja, wunderbar. Während er trinkt, trinke ich auch. Ah, verdammt. Gut. Ich dachte, das ist wie der Kanister, der immer wieder neu spawnt, das Wasser. Dann halt nicht. Was auch immer er mit dem Widerhaken in seinem Bett, äh, veranstaltet. Ich finde schade, dass man hier nicht so, äh, den Hammer oder irgendwie sowas, äh, nehmen kann als Waffe. Ist, ist, ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Das ist sehr wichtig. Lauf. Ich habe den Jack. Okay, willkommen in der Werkstatt. Hier wird der Magnum Opus gebaut und angepasst. Alles klar. Die Kategorie Harpune ist mit dem Missionsziel markiert. Gehe nun dorthin und montiere die Standard-Harpune. Max hat im Widerhaken genug Schrott beschafft, um die Standard-Harpune anzubauen. Okay. So. Ahoy. Hiermit können wir ganz leicht die Türen unserer Feinde abreißen. Auch schwache Bauwerke werden hier nicht standhalten. Gut. Mh, kosten nur 15 Schrott. Oh, wir haben ja schon einiges an Schrott gesammelt. Hier sind wohl die ganzen Werte. Okay. Ja, dann bauen wir einfach mal die Harpune an. Einbauen. Okay. Erfolgreich installiert. Das ging aber schnell. Der hat fixe Hände. Max hat genug Schrott gesammelt, um ein, äh, Rammgitter anzubauen. Max. 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 Okay, die Rammgitter. Baue die Verbesserung. Raufstange an. Okay. Hier haben wir auch nur die, äh, Auswahlmöglichkeit. Auch nur 10 Schrott. Das ist aber günstig. Erfolgreich installiert. Okay. Kann, kann ich noch hier was? Panzerung. Was haben wir noch? Motor. Auspuff. Okay. Reifen. Aufhängung. Oh, da ist aber einiges. Booster. Okay. Die scheinen auch nützlich zu sein. Ähm, Abwehrstacheln. Sniper-Gewehr. Okay. Ach hier. Okay. Nicht schlecht. Äh, Panzerung. Habe ich? Ah, natürlich habe ich nix. Dann gucke ich mal eben ganz schnell. Motor haben auch natürlich noch nix. Wahrscheinlich müssen wir das alles erstmal sammeln. Verzierung. Nö. Scheint ein armer, äh. Aber wir sind hier nicht bei Pimp My Riot anscheinend. Schade eigentlich. Äh, äh. Gut. To stand a chance. She'll need nitrous. I know how, but... We'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the hotburn. Yes. But first... The Scrotus war boys are out there. Hmm? Mad Max ist bereit. Okay, also muss ich schon wieder das Auto nehmen. So, was haben wir denn hier? Äh... Diese riesigen Gebilde aus Altmetall und den Überresten der Toten sollen die Schwachen mit Furcht und Verzweiflung erfüllen. Zerstöre die Vogelscheuchen, um Skrotosbedrohungen im jeweiligen Gebiet zu mindern. Ah, okay. Also, gut. Und hier, ach, hier kann man den Schrottgleich suchen. Jetzt ist die Frage, machen wir hier erstmal so ein paar Vogelscheuchen, beziehungsweise wahrscheinlich sind das Kämpfe. Denke ich mal. Fahren wir einfach mal zum Ersten, denn da ist ja eh in der Nähe, auf dem Weg. Ah, ne, doch keine Kämpfe. Ah, okay. Einfach ran. Das... Ah, guck mal, die lassen sogar noch was fallen. Ähm... Raus aus dem Wagen. 13 Schrott. Das ist auf jeden Fall ein raues Pflaster hier, das muss man ja mal sagen. Aber gefällt mir. So, so, diese Atmosphäre, so... Fallout-mäßig, das finde ich schon echt geil. Muss ich ja mal sagen. Gut. Dann fahren wir mal weiter. Oder warte mal, haben wir noch mehr? Die scheinen ja... Achso, das ist eher als Missionsziel angezeigt. Was ist das denn? Zerstöre die Ölpumpe. Ach, okay. Hm, Schwierigkeit 1. Ja, da können wir ja auch gleich mal hingehen. Ich würde sagen, erstmal jetzt... Warten. Aber da sind Mauern vor... Kann ich da einfach durch? Okay. Anscheinend nicht. Die Apun ist eine mächtige Waffe, die benutzt werden kann, um Bauwerke wie Vogelscheichen niederzureißen. Zielen und Feuern, um Schnellfeuern, okay. Okay. Ah, der hat auch bestimmt auch wieder was fallen lassen für mich. In jedem Fall mal nachgucken. Oder auch nicht. Ich bin ja auch ein bisschen traurig. Gut, nehme noch den zum nächsten. Aber ich muss sagen, das Spiel ist bis jetzt sehr interessant. Das ist eine gute Abwechslung. Ich dachte, man macht hier vielleicht zu viel mit dem Auto. Ich meine, wir haben noch nicht viel erlebt hier, aber... Bis jetzt war es eine gute Abwechslung zwischen Kämpfe und... ...mit dem Auto hier rumcruisen. Voll die Gangster. Und da brettern wir auch rein. Das finde ich immer schön. Einfach raufbrettern. Oh. Ah, da ist wieder Schrott für mich. So. Was muss ich mir hier anschauen? X? Haben wir hier noch irgendwas? Lager 0 von 1. Gut. Wo ist hier das Lager? Ist das hier das Lager? Oder soll das hier das Lager werden? Ich weiß es nicht. Ach, okay. Das ist das Lager. Aber hier ist Schrott. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwas rausholen kann. Oh, da muss ich wohl erstmal kämpfen. Gut. Ey. Was wirfst du denn da? Oh. Geil. Aber das Kämpfen sieht geil aus. Muss ich sagen. Das hält mich bei Laune. So. Ah, hier ist doch noch jemand. Ah. Geil. Auch noch so schön in Slow-Mo. Oh, da haben wir ein bisschen Schrott hier. Ah, guck mal. Hier haben wir doch ganz viel. Schrott, Schrott, Schrott. Noch mehr Schrott. Jetzt sag nicht, da soll ein Scheißhaus sein, ey. Ah, geil. Erfinderschintze, ja, auf jeden Fall. Ist hier noch mehr? Optionalschrott. Gut. Gut. Also. Dann wollen wir mal weiter. Dann fahren wir mal auf zum Lager. In der nächsten Folge. Ja, wir, äh, wir sehen uns gleich wieder. Ich mach hier erstmal einen Cut. Also, bis dann. Also, bis dann, da warten wir mal. Vielen Dank.